Moin Leute, was geht ab? Euer Ghost wieder am Start. Es ist wieder Donnerstag, Reboard to Time. Für uns zu heute nicht wirklich so, Reboard to Time. Klingt wieder absolut schlecht. Das Spiel macht manchmal was es will, finde ich. Und es geht mir langsam auf die Nerven. Ich werde trotzdem weiter spielen, weil ich halt Bock habe, aber während dem Wochenende, ich schwöre, ich bin so genervt. Ich bin so angetresst von dem Spiel manchmal. Und naja, wir gucken uns jetzt erstmal das THV 25 an. Ist auch ein heftiges THV. Natürlich jetzt, wenn ein heftiges kommt, haben wir verkackt. Aber okay, Lewandowski, Lukaku, richtig gut gespielt. Lukaku jetzt auch gestern, richtig heftiges Mensch, der weitergekommen ist. Ey, ich kann es mir selber noch mal nicht befassen. Ähm, das ist nicht schlecht genommen hier. Quagliarella, Van Persie und Fikir. Fikir wäre ganz stabil gewesen für uns, weil wir den ja auch selber haben. Siguruzon. Äh, wie ist das? Fikir kenne ich nicht. Ah, Aranguiz. Schau mal leid, die kenne ich alle Spiele. Fikir, Van Dijk ist wieder dabei. Auch heftig, Alter. Und eine Scher. Und Donnarumma schon wieder. Krass, Alter. Schon 89er Karten. Heftig. Ähm, die lustige aus Mkhitaryan hier unten ist. Und dann hier noch Morata. Okay, ja, gut. Ja, LF. Komisch, komischer Position Change für Mkhitaryan. Finde ich jetzt. Ähm, ja. So, dann gehen wir noch schnell auf unser Team. Hat sich ein bisschen verändert. Ich habe in letzter Zeit, keine Ahnung, ich hatte ja 650.000 Coins hatte ich. Und, äh, wüsste nicht, wer ich machen sollte. Monty habe ich ja gekauft, letztens. Das habe ich ja schon mal gesagt. Aber wir haben Catuso gekauft. Äh, für 676.000. Äh, ich habe da einfach mitgeboten. Für Prime-Icon finde ich das jetzt nicht so teuer. Ich weiß nicht, wie es auf Playstation ist, weil auf Prinzip variiert ja ziemlich sehr der Preis. Warum weiß ich das nicht ungefähr? Ähm, ähm, was soll ich noch sagen? Ja, den haben wir jetzt mal gekauft. Spielt sich eigentlich ganz gut. Also, ich will ja im Moment ein bisschen die Icons testen. Äh, ich spiele für mich ja im ZDM, weil ich da umstelle. Ähm, ja. Hier können wir doch mal sehen, hier ist so ein Aroma 85. Damals so zu... Jetzt hat er schon in 89 kam. Uff, regt auch ab. Ähm, ja. Probe ich mal die Division Rivals ab. Ich weiß gar nicht. Ja, ist ein Megapack dabei. Ist auch stabil. Ja, ich spiele halt zu wenig Division Rivals. Also, yes. Äh, dann holen wir die Food Champions ab. Wir haben Silber 2 leider erreicht. Das ist halt ein bisschen bitter, weil ich dann wieder die 2000 Punkte... Ne, die 1000 Punkte bleiben muss. Ja, ist halt blöd gelaufen. Da kann ich nichts machen. Das ist halt... Ja, das Spiel hat manchmal gemacht, was es will. Also, Pässe, da wo ich ihn gepasst habe, hat er nie hingepasst. Also, nicht immer öfters hingepasst. Manchmal, natürlich, ich habe auch Fehler gemacht. Also, so ist es nicht, ne? Also, aber... Ja. Ist aber lächerlich, weil so, wenn der Gegner gegen die Latte schießt, dann gegen der Torwart fällt und der Ball kulatet ins Tor. Was willst du da machen? Oder ich schieße da gegen Torwart, Torwart hält die Latte und fällt gegen meinen Defensivspieler und der Kulat auch wieder ins Tor. Was willst du da machen? Da kannst du nichts machen. Das ist einfach... Unlucky, Anjuku, Maluku, ist fuck. Ja, jetzt kriegen wir halt nur einen Pick mit einem 84er drin. Also, Maximum 480er kann ich auch low werden. Ich weiß ja nicht. Ich habe jetzt auch nicht genau gesehen, wer jetzt besonders ist. Aber, naja. Egal, wir öffnen. Let's go! Oh, Van Persie. Van Persie. Auf Ehre, Manchester. Auf Ehre, Bruder. Die nehmen wir natürlich mit. Ist okay. Van Persie ist okay. Könnte man vielleicht auch spielen. Ah, das Tempo ist kacke. 55er Tempo ist schon ein bisschen lahm. Aber Schuss... Dribbel. Schussdribbel ist okay. Warte, wir gucken uns unsere Werte an. Spezialbewegung, ja. Schocker Fuß, ne. Ja. Ja. Ja, Pony ist gut bei ihm. Das weiß ich. Aber, naja. Egal. Mein Pär ist hier gezogen. Ist okay. Hätte mir jetzt auch nichts erwartet. So, wir müssen wirklich noch 1000 Punkte breiten, oder? Ja. Fuck. Ja, das muss ich auch noch machen, weil morgen geht der wieder los. Vielleicht fährt morgen nicht zocken. Ich weiß es nicht. Eigentlich habe ich gesagt, dass ich jede WL zocke. Äh, das heißt, wir griten noch. So, was haben wir hier? Wir haben zwei Megapacks, ein seltenes Goldpack, ein Jumbo Premium Goldpack und ein Jumbo Premium Goldpack nochmal. Ähm. Ja, würde ich sagen, fangen wir mit den Jumbo Premium Goldpacks an. Let's go! Kein Rocker. Ja, wie ihr seht, ne. Der Bart ist erstmal ab, ne. Der darf jetzt wieder wachsen. Ähm. Ist auch wieder was anderes, ne. Ich glaube, ich habe ihn noch nicht gesehen, so. Auch lustig. So geht jetzt erstmal ein bisschen weiter so wachsen. Und dann, ähm, gucken wir mal. Wenn ich wieder vertreten habe, wenn ich den dann über Abschluss, dann können wir die hier wieder runterziehen. Zack, boom, weg damit. So. Und, let's go, das nächste Pack. Let's go, let's go, let's go, let's go. Das ist kein Walkout. Noch keine Wand. Das ist kein Geil. Eieiei. Da Ake. Ake, Ake, Ake. Das haben wir hier. Ja, das nehmen wir wieder mit. Das brauchen wir nicht. So, weg damit. Braucht man das, wollen wir nicht. Weg damit. Ey, ich kann mich so hier runterziehen. Bam. So, seltenes Goldpack. Jetzt kommen wir ein bisschen zu den Packs, wo ich immer Hoffnung habe. Let's go. Give mir Walkout, EA, bitte. Ach, keine Walkout. Wahrscheinlich auch wieder keine Wand. Das ist die Wand, okay, die nehmen wir mit. England. Ellie. 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 Könnte noch was wert sein. Ähm, ja. Ähm, 5, 6. 5, 6 K. Oh, das ist okay, das ist okay. Nehmen wir auch alle mit. Ein bisschen Abschluss. Ob ich jetzt auch anders machen könnte, aber egal. Man sitzt so. Bam. Jetzt kommen wir zu den Mega-Faxen mit den Schwänzeleins. Ich mag schon mal am meisten. Komm bitte, EA, ey. Ein Walkout. Ein Walkout. Komm, EA, bitte. Mann. Eine Wand. Nee, nicht mehr eine Wand. Das tut weh. Das tut weh. Ja, ja. Boah, da sind ein paar mehr Spieler-Faträge drin. Ist das okay, das kann ich akzeptieren. Das ist okay. Über den Speck vielleicht ein Walkout. Komm, EA, willst du gönnen mal? Vielleicht wieder mal so ein richtig krasser Walkout. Das wäre ganz geil. So ein richtig krasser Walkout, EA. Scheiße. Mann. Nicht von der Wand. Shakiri. Alter. Ich muss besser spielen, damit wir auch bessere Rewards bekommen. Das ist ja absolut lächerlich. Ah, ja, ja. So sieht's aus. So, dann gucken wir noch kurz, was es von SPC ist und so. Gibt es von Promopacks? Ich will jetzt keine Rewards aufladen und über die Promopacks gucken. Geil. So. Gucken wir mal hier bei Subot. Gibt es hier was gibt. Trageno. Der war doch schon vorher. Der ist schon vor, die. 87. Beste besser als Mordi. Gucken wir gleich mal gucken. Gibt es da noch so sehr. Also hier, die an dem Video. Mal gucken. Ah, hier. Keine Ware und Bad. Ich war echt kostenbereit. Die Mille, Mann. Das ist halt auch ein bisschen. Meinzgar ist auch noch mit dabei. Ich glaube, das sind diese Foto. Ja. Ich gucke mal gerade kurz noch, ob Kursawa besser ist als Mordi. Weil dann würde ich den vielleicht machen. Weil hier habe ich die ganze Zeit rumgeguckt, was man so machen kann. Und den da würde ich noch haben. Für Rf, für den Kondi auszutauschen. Der wäre ganz geil. Wieder austauschen. Kursawa. Cheap Squat. Ketten wir mal kurz rein. Gucken wir uns das mal an. Nein. Mordi ist besser. Es war nur ein Stückchen, aber ja, Mordi ist besser. Dann bleiben wir Mordi. Außer hier, unser, er geht wieder runter. Ja, der geht jetzt wieder runter. Krass. Naja, das würde eher kosten. 400. Naja, wir werden gucken später. Das würde ich mir tauschen. Jetzt tun wir doch hier, Foodcraft und Loh, tun wir noch Wiggins rein. Unser Warn-Ber-Sie. Unser Warn-Ber-Sie. Wo ist er? Wo ist er denn? Wo ist er denn? 25, nee 82. Ja, jetzt weiter. Da ist er. Da ist er. Ja, können wir hier direkt wieder rein setzen. Das ist aber schön. Was denn, Alter? So, was haben wir sonst noch hier? Können wir noch irgendwas machen? Fläschekarten. Ich hätte bereits Fläschekarten, muss ich ein bisschen nochmal was updaten hier. Können wir auch nochmal die zusammen machen. Hier kommt noch den Esther, der kommt hier rein. Dann haben wir hier, können wir Mordy reinsetzen. Und dann fehlt uns noch. Äh. Da fehlt uns noch ein paar Sachen. Moment mal. Ja, den müssen wir noch reinsetzen. Den müssen wir noch reinsetzen. Und dann ist das genau voll. Den tun wir raus. Dann setzen wir Uni rein. Und dann ist das schön geordnet. Damit alles? So. Wie darf ich sagen? 888, 888. Passt. Passt. Stabil. Ähm. Ja. Das reicht jetzt auch. Perfekt. So, jetzt haben wir alles. Gemacht. Das ist die Entschwein. Deine Ahnung. So. Ähm. Ja, dann würde ich sagen, das war's dann gewesen heute. Ich werde versuchen natürlich, die Next Weekend League besser zu spielen. Ich habe zwar nicht so viel Zeit, ich habe nur Freitag-Samstag Zeit oder knapp Freitag-Zeit. Samstag vielleicht viel Zeit. Ich weiß es gar nicht. Das wird jetzt ein bisschen problematisch, sage ich mal. Am Sonntag bin ich nicht da, am Montag bin ich nicht da. Danach weiß ich nicht. Ich muss hier nur aufräumen. Ich muss nur so viel machen eigentlich. Ähm. Ja. Wir schauen einfach mal. Und dann, äh. Ja. Ich halte euch dann auf dem Laufenden. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Schausend.